In dieser Saison war es einfach nicht der Mario-Götze, den wir uns alle wünschen. Und wieder eine mehrmonatige Zwangspause für Götze. Nach seiner Verletzung fehlt Götze die Konstanz. Komm schon, dann. Komm schon, dann. Komm schon. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Er macht ihn! Spannend an! Nach dem Movie! lab. Er macht ihn! Er macht ihn!